Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto. Heute folgt Tag 27. Ich habe am ersten Tag mit 1021 € angefangen. Nun bin ich bei 5610,11 €. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten und beginne mit 40 €. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Und ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. US-Dollar, Japanes-Yen sieht ganz gut aus. Kurs muss erneut sein. Jetzt steige ich ein und nochmal. Ich steige nochmal ein. Ich steige euch an. Ich steige euch an. Perfekt. Alle drei Trades gewonnen. Das ist ein Tagesgewinn von... 296,40 Euro. Wer sich für meine Strategie interessiert und diese erlernen möchte, kann sich für mein Privat-Intel-Coaching 10.000 Euro pro Monat bewerben. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.